Morgens am gedecken Frühstückstisch Ach ja, sagte ich, das ist schon okay, jeder heilt wie er es mag So flog sie fort, gebacht rief ich, und ach ja, alles Gute zum Geburtstag Würden wir Menschen nur einen Tag leben, was würde das mit uns machen? Würde uns nur die Liebe begegnen oder würden wir uns alle nur hassen? Suchen die an die Ferne, die anderen gehen gar nicht erst raus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus Sie machte mich recht nachdenklich, ich sei ihr noch hinterher Da ihren Silberstreif am Horizont, dann war alles still und leer Wären wir nicht glücklicher, geradeaus und zu allem bereit Ohne zu denken ins Leben hinein, denn zum Denken bleibt ja keine Zeit Einige werden damit klarkommen, denken ist ohnehin nicht ihr Ding Andere werden wiederum sagen, ohne Denken hat alles keinen Sinn Würden wir Menschen nur einen Tag leben, was würde das mit uns machen? Würde uns nur die Liebe begegnen oder würden wir uns alle nur hassen? Suchen die an die Ferne, die anderen gehen gar nicht erst raus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus Insgeheim stelle ich mir die Frage, wie sähe Forchtspflanzung aus? Würde diese direkt auf der Straße stattfinden oder warten wir damit bis zu Haus? Und was ist mit wahrer Liebe? Mal angenommen, dass es sie gibt Wenn das Nötige nur zu erledigen ist, wer wann und wo, egal mit wem fliegt Wäre das nicht mal rein moralisch gesehen, eine Eskapade hoch drei Niemand wüsste mehr, zu wem man gehört und alle ist viele in zwei Würden wir Menschen nur einen Tag leben, was würde das mit uns machen? Würde uns nur die Liebe begegnen oder würden wir uns alle nur hassen? Suchen die an die Ferne, die anderen gehen gar nicht erst raus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus Würden wir Menschen nur einen Tag leben, was würde das mit uns machen? Würde uns nur die Liebe begegnen oder würden wir uns alle nur hassen? Suchen die an die Ferne, die anderen gehen gar nicht erst raus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus Würden wir Menschen nur einen Tag leben, was würde das mit uns machen? Würde uns nur die Liebe begegnen oder würden wir uns alle nur hassen? Suchen die an die Ferne, die anderen gehen gar nicht erst raus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus Nur einen Tag im Leben stehen und dann geht das Licht wieder aus